so kommt da jetzt auch mal kein gegenverkehr ich will den lkw hier gerne mal überholen weil der mir hier ein bisschen zu langsam rumtuckert mit 40 oooohh Freibahn was ist denn mit den Begrüßungen im Moment los hey Leute und willkommen zu einem weiteren Motovlog ich bin heute unterwegs zu Kim ich habe eher Feierabend gemacht heute und hole sie von der Schule ab ja Kim wird von der Schule abgeholt ich muss nur mal ich müsste zeitlich müsste ich eigentlich ganz gut drin sein im Rahmen ich weiß nur nicht die Schule auf die sie geht die hat irgendwie so eine Tiefgarage oder so wo die Motorräder und ich weiß nicht ob da Autos auch stehen auf jeden Fall haben die da so eine Tiefgarage irgendwie anscheinend die muss ich dann mal irgendwie finden geschweige denn gucken ob ich da überhaupt reinkomme ich weiß es nicht damit ich mich da zu ihrem Moped hin chillen kann das wäre natürlich Töfte ansonsten müsste ich dann einfach schauen dass ich irgendwie ne überhole ich nicht ein Lkw hätte ich überholt aber zwei nicht da müsste ich irgendwie schauen ob ich irgendwie sie abfangen oder so wenn ich in die Tiefgarage nicht reinkomme oder sie nicht finde dass ich mich dann irgendwie auf die Lauer stelle oder so mal schauen mal schauen heute ist auf jeden Fall mega geiles Wetter da musste man einfach mit dem Moped fahren ist heute Montag und es sind irgendwie so 24 Grad oder so so richtig geiles Wetter zum fahren mega geil schon fast zu warm wenn man Pausen wenn man gerade irgendwie innerorts fährt oder so viel an Ampeln stehen bleibt ist das schon zu warm also wenn man so Landstraße fährt ist das so die optimale Temperatur würde ich mal behaupten so jetzt habe ich den auch mal überholt auch wenn das blöd ist den innerorts zu überholen aber da hatte ich gerade die Gelegenheit dazu dann gibt man halt einmal Gas und zieht vorbei ja wahrscheinlich keine zehn Sekunden später direkt der nächste das nächste Hindernis ein 40er Trecker juhu da freue ich mich komm schon Freibahn 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 nix alter so ich bin ja auch dran vorbeigekommen perfekt also ich müsste eigentlich zeitlich müsste ich ganz gut drin sein also Kim wird sich wundern was Marco pünktlich ja außer ich finde das natürlich nicht das ganze ne die Schule finde ich eigentlich müsste ich eigentlich hinbekommen wäre peinlich wenn nicht das mit dem Parkplatz ist halt die Sache boah ich hab voll Schiss ne dass jetzt irgendein Vieh äh es sind so viele Fliegen ne ich hab mein Visier gerade sauber gemacht ein paar Kilometer nur von zu Hause gefahren und hab direkt mein Visier wieder voll mit Viehzeug ich hab Schiss dass auf der Linse von der Kamera irgendwie fliegend drauf kommen bis jetzt äh ist die Linse auf jeden Fall noch clean ich hoffe das bleibt auch so weil ich hab grad ich hab nichts zum wegwischen mit und ich bezweifle dass es das ganze besser macht wenn ich dann mit dem Handschuh drüber wische ich glaube ich verschwähe den ganzen Scheiß da nur also verzeiht mir wenn da gleich irgendwie eine Fliege drauf sein sollte ich gebe mir Mühe den Fliegen auszuweichen so in Bünder angekommen bin ich jetzt gucke ich mal ob ich das ganze auch finde ich meine das war irgendwie hier die erste oder so keine Ahnung zu noch mal gleich gutes Navi an ich glaube es war irgendwie hier in die Richtung die Schule ich bin äh was äh Orientierung angeht bin ich echt ziemlich schlecht muss ich zugeben es hat sich aber deutlich gebessert seitdem ich Motorrad fahre und Führerschein und so rumgurke die ganze Zeit da hat sich mit der Orientierung auf jeden Fall stark gebessert Markt ich glaube die Schule heißt irgendwas mit Gymnasium am Markt oder sowas könnte könnte sein könnte sein ich glaube die zweite Ausfahrt hier könnte richtig sein ja hier aber die Frage wo ist der Parkplatz wo ist der Parkplatz ich habe keine Ahnung das ist nur der leere Parkplatz dann gehe ich aber mal ein paar Kreise rein hier und voll auf dem leere Parkplatz drauf oder so ich weiß nicht inwiefern da der normale Parkplatz doch ist keine Ahnung ey Tiefgarage habe ich das gerade richtig gesehen ja das ist ein Parkplatz Tiefgarage Tiefgarage hört sich gut an hier rein müsste Skaten verboten öffentlicher Dings wie niedrig sind die Decke hier jetzt ist die Frage wo in dieser Tiefgarage stehen die Mopeds hier darf ich gar nicht lang fahren okay ich muss einen Kreis drehen ich mache mir hier nicht so einen ganz tollen Lärm ne ich will ja nicht rausgeworfen werden das hört sich aber gut an hier rein muss ich so wo stelle ich mich jetzt hier hin ich drehe mal hier so eine Runde ich weiß was erstmal ausmachen damit es nicht so laut ist hier ich meine es hört sich zwar gut an aber ich glaube nicht jeder findet das gut weiß ich gar nicht wie viel Uhr es ist ich habe keine Ahnung kann ich jetzt einfach hintergeben ja dann komme ich dann noch weg ja perfekt ja dann würde ich sagen gucke ich mal vor ja dann würde ich sagen gucke ich mal vor ich habe keine Ahnung ohne irgendwelche Leute drin muss ich schon sagen 13 Uhr muss ich mein Handy pixeln scheiße so wir gehen mal hier die Runde durch wir gucken mal welche hier die schönste Maschine ist in 5 Minuten hat sie schon Schluss das kennt das Maschine ich glaube den Fahrer von der Maschine kenne ich auch ja ist ja cool hat irgendwie was Kreitler die YZSR auf jeden Fall alle möglichen Marken vertreten muss man schon so sagen ZX6R das ist auch nicht schlecht nur der Ausbruch das ist nicht so geil ansonsten schöne Maschinen und der Supermoto coole Sache okay also ich muss jetzt ich weiß gar nicht wie lange ich warten muss 2-3 Minuten noch oder so 5 Minuten vielleicht keine Ahnung ich sprühe das Ganze für euch einfach vor juhu juhu bad bye go 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Kim kommt jetzt irgendwann. Ich habe da so lange gechillt. Irgendwie eine halbe Stunde ungefähr. Habe ich da noch gechillt. So hier dachte ich mir, die müssen ja jetzt gleich kommen eigentlich. Kustekuchen. Sie ist nicht gekommen. Ich dachte, wo bleibt die? Der kann wissen, dass sie ihr Motorrad da stehen lässt, Fahrstunde hat und der Fahrlehrer sie da wieder absetzt. Ich dachte, sie fährt nach Hause und der Fahrlehrer holt. Sachen gibt es, die passieren nur mir. Also niemand anderem wäre das passiert. Nur mir passiert sowas. Egal, wenigstens ist in der Tiefgarage, wo ich gewartet habe, war es richtig schön angenehm kühl. Das muss man schon lassen. Also kühl ist es auf jeden Fall. So, Stoppschild. Omi, geh über die Straße. 21, 22, 23. Boah. Habe ich die Prüfung bestanden? Schreibt es in die Kommentare. Ob ich die Prüfung bestanden habe. Wisst ihr, ich hätte meine Zeit gerne anders genutzt. Sinnvoll. Ich wäre auch gerne bei der Fahrstunde von Kim mitgefahren. Aber irgendwie hat es ja nicht so ganz geklappt. Ja. Was kommt davon? Wenn man seine Freundin überraschen will, dann klappt einfach nichts. Ich habe sie nur gefragt, wann sie Schulschluss hat. Und dann hat sie gesagt, du kannst mich ja abholen. Und dann kannst du mitfahren bei der Fahrstunde. Ich so, da habe ich gar nichts dazu beschrieben. Ich wollte einfach so überraschungsmäßig. Ja, Überraschung, hier bin ich jetzt. War aber nicht drin. Also, naja. Muss ich mit leben. Wenigstens kann ich jetzt nochmal in die Tiefgarage. Jetzt ist mir scheißegal. Jetzt mache ich da gleich mal einen Soundcheck. In die Tiefgarage, wenn ich da reinfahre. Den Sound muss man ja auch austesten in so einer Tiefgarage. Ja, 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 ja. Jetzt dürften die ja alle Unterricht haben. Da kommen die ja fast gar nichts von mit. So. Hier rein. In die Tiefgarage. Oh, nee, das ist ein Auto. So einen krassen Soundcheck darf ich dann nicht machen. Aber das hat sich schon gut angehört, muss ich schon sagen. So, dann warte ich jetzt mal mehr. Ich dachte so, ja, ich überraschst dich. Ich dachte, du willst zu Hause abgehört von nach Hause, wir fahren zu dir nach Hause. Boah, das ist ein Traum. Da würde ich auch gerne zur Schule fahren. Boah, das hört sich an, ne? Das ist so laut. Was? Was warst du? Selbst ich fühle mich in dieser Tiefgarage laut. Da denkst du, boah, wie ist der Trecker hier reingekommen so bei der niedrigen Decke, ne? Ich. Ich habe schon hier mit den ganzen Motorradfahrern, die alle gekommen sind, Smalltalk gehalten und so. Was? Der eine mit seiner Supermoto, mit dem habe ich mich unterhalten. Ja, ich habe noch nie ein Wort mit denen geredet. Echt? Wieso? Motorräder. Ich gehe nicht zu denen. Boah, schönes Motorrad. Doch, genau so habe ich es gemacht. Schöne Fall. Gehst du? Na, du hast auch Spaß, oder? Ja, aber. Ey, der ist jetzt nicht so geraten. Ja, aber. Also ich habe mal den WK raus, weil du damals schon erzählt hast, aber jetzt sehe ich achten, wäre so ein bisschen kackt ohne den WK-Klanzweg. Das ist halt scheiße. Keine lachen. Ja, gut. Wann darfst du abwarten? Äh, würde ich jetzt schon, aber wenn ich kenne. Ja, gut, dann auch scheiße. Ja. Willst du vorfahren, oder soll ich? Ne, egal. Wann fahre ich vor? Du, oder? Boah, ich war so im Strugglen zur Scheiße, wo es die Tiefklasse war, aber hätte ich das gewusst, ich habe ja genug Zeit gehabt zum Suchen. Also du musst am Markt verfahren, oder? Ich bin von da. Ich glaube, hier sind wir nicht, der andere ist nicht kackt. Ja. Also ich würde sagen, gefunden habe ich sie. Oh, ich habe während ich dann, ups. Sie hat eine Fahrstunde, wie ich es mir gedacht habe, ja. Ist halt so, ne. Kann man leider nichts ändern. Naja, so konnte ich mir ein Eisbarn Macis gönnen, ist auch mal was Feines. So ein schönes Mac Sunday, geht immer rein. Also, ist schon, ist schon, Preis, Leistung, 1 Euro ist schon, ist schon, ist schon okay. Also, Kim habe ich abgeholt. Äh, ich würde sagen, das war das Ziel des Motovlogs, ne. Ich hoffe, euch hat der Motovlog gefallen, mal was anderes, wenn das der Fall ist, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Motovlog, Leute. Adios, Amigas. Ne, das Tschüsseli ist doch besser. Tschüsseli. Güüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020